Das Gesicht der Mannschaft ändert sich, aber ein Gesicht ist geblieben, nämlich meins, Carsten Pilger. Ich präsentiere euch mal wieder Kommentare und Analysen zum 1. FC Saarbrücken, auch in der Saison 2021-2022. Beginnen will ich aber heute mal mit einem fette Dankeschön. Das war so nicht von mir erwartet. Ganz viele von euch haben meinen Blog unterstützt mit einem kleinen oder großen und es waren einige große dabei. Bei Geldbetrag, vielen lieben Dank an euch. Ihr macht das alles hier möglich. Ob das jetzt Spielanalysen sind, ob das jetzt Interviews sind, wie zuletzt mit Daniel Batz. Und wenn ihr es noch nicht geguckt habt, das Batz-Interview, schaut es euch an. 35 Minuten, bestens investierte Zeit. Er ist nicht nur ein super angenehmer Gesprächspartner und ein talentierter Pokémon-Go-Spieler. Er hält natürlich auch noch Bälle für den 1. FC Saarbrücken fest. Und in dem Gespräch erzählt er wirklich über Dinge, die man so auch selten von einem Profifußballer hört, was das Geschäft betrifft. Schaut es euch nochmal an und vielen lieben Dank an alle, die sowas zum Beispiel hier ermöglichen. Ob das jetzt mit der Unterstützung für die Technik getan ist oder die Schneideprogramme, die ich benutze. Aber jetzt wollt ihr ja so ein bisschen was hören, was sich so getan hat beim 1. FC Saarbrücken. Klar, wir haben wichtige Stützen verloren, vor allem Niklas Schipnoski. Zuletzt ging auch Marien Zwerko, der lange gejagt war von einigen Vereinen, dann für eine ganz schön stattliche Summe nach Gröningen, Holland. Aber wer ist eigentlich gekommen zum 1. FC Saarbrücken? Ich schaue mal auf die bisher bekannten 10 Neuzugänge. Während ich das Video mache, wird vielleicht schon am 11. gearbeitet, wer weiß es, aber darüber reden wir gleich. Ich fange mal hinten an bei den Torhütern. Jonas Hupe und Marcel Jonen sind die neuen Ersatzleute. Da hat man ja auch zwei abgegeben mit Yannick Theißen und Ramon Castellucci, was ja auch ein wenig mit der U23-Regelung in der 3. Liga zusammenhängt. Jetzt kommen also jüngere Leute, die in der Hierarchie klar hinter Daniel Batz stehen. Und wenn es wieder bei so einer Saison bleibt, in der er verletzungsfrei ist, werden die auch wohl nicht viele Einsatzminuten sehen, aber dafür ein tolles Torwarttraining bekommen beim Hämmer, bei Michael Weyrich. Und das ist auch was, wofür man nach Saarbrücken wechseln kann. Und da muss man jetzt mal sehen, wie sich das so entwickelt. Aber erst mal Daniel Batz im Tor gesetzt. Neu hinten links ist Nick Galle und der kommt von einem alten Traditionsverein, der Alemannia aus Aachen, war Stammspieler in der Regionalliga West. Und das zeigt, dass er eventuell die Qualitäten hat, da unserem bisher gesetzten Mario Müller gefährlich zu werden. Denn Mario Müller, der hat halt diese bekannten Leistungsschwankungen eigentlich fast in jeder Saison beim 1. FC Saarbrücken gezeigt. Dennoch will ich betonen, es ist unser bester Linksverteidiger. Und er hat vor allem in Spielen, in denen er auf dem Platz stand, die Mannschaft so ein bisschen besser gemacht. Das könnt ihr auch nochmal sehen in dieser Punkte-pro-Spiel-Statistik, die ich mal auf Facebook und Instagram gepostet habe. Der wird meiner Meinung nach unterschätzt. Der wurde auch zu einem Zeitpunkt rausgenommen von Lukas Kwasnjok, als sich ein paar Leute wirklich gefragt haben, warum nimmt der jetzt den Mario Müller raus. Wird ein spannender Zweikampf. Die Linksverteidigerposition ist ja auch so eine heikle Sache beim 1. FC Saarbrücken. Da sucht man immer lange nach einem geeigneten Mann. Und auch letztes Jahr waren da Jason Breitenbach und Marien Zwerko eher notgedrungen, öfters mal hin ausgewichen. Möglicherweise gesetzt ist hingegen Dominik Ernst, der aus Magdeburg kommt, erfahrener Mann für die 3. Liga und auch einer, der wahrscheinlich direkt weiterhilft beim 1. FC Saarbrücken. Spannend ist nur die Frage, wie jetzt Sebastian Bösel mit der Frage umgeht. Der ist ja letztes Jahr als Rechtsverteidiger geholt worden, hat sich aber leider häufig verletzt, ist nicht wirklich zum Zuge gekommen. Das ist halt einer, der kann auch noch im defensiven Mittelfeld spielen. Die Frage ist, wenn beide fit sind, wer wird da den Vorzug auf der Position bekommen? Und Sebastian Bösel wurde ja auch so ein bisschen angekündigt als ein tatsächlicher Stammspieler, der gesetzt ist, wenn er fit ist. Das ist bislang noch nicht der Fall gewesen. Und da wünsche ich ihm viel Glück, dass er es dieses Jahr schafft. Aber da ist natürlich auch die Frage, wo wird sein Platz sein? Denn auch in der Zentrale hat der FCS aufgerüstet. Alex Greus kommt vom Karlsruher SC. In der 2. Liga hat er vorher gespielt, war lange im Jugendbereich des VfB Stuttgart, ist eigentlich ein klassischer Sechser für die defensive Zentrale. Eigentlich haben wir da ja mit Manuel Zeitz den Käpt'n, der auch gesetzt ist. Allerdings hat der aufgrund der Verletzung von Steven Zähner eher eine defensivere Rolle als Innenverteidiger angenommen. Kann also sein, dass Greus da eher gute Karten hat, wenn zu Beginn noch der nötige Innenverteidiger fehlt. Dave Gnase ist auch ein zentraler Mittelfeldspieler. Wird als robust und dynamisch beschrieben. Kommt vom Zwangsabsteiger aus Uerdingen. Und jetzt ist so ein bisschen die Frage, ist das eher ein Achter? Ist das eher doch ein Sechser? Das wissen wir alle noch gar nicht. Das weiß auch ich nicht. Denn Uwe Koschinat, der hat ja in Interviews schon durchscheinen lassen, dass er eher an einem robusten, körperbetonten Fußball interessiert ist, der sehr auf Zweikämpfe schaut. Und bei Kwasnjok hatte ich so das Gefühl, war es eher eine Frage der Dynamik, eine Frage, dass sich schnell zum Tor des Gegners durchkombinieren. Und da muss man erst mal abwarten, wie viele Plätze da überhaupt zu vergeben sind. Auf jeden Fall scheint das so ein typischer Koschinat-Spieler zu werden. Dave Gnase bin ich auch mal sehr gespannt. Vor allem, wenn er denn jetzt eher so ein Achter ist, könnte er ja zu einem Konkurrent für Luca Kerber werden. Der neue Zehner, zumindest von der Rückennummer her, ist Robin Scheu. Und das ist jetzt so der typische Koschinat-Spieler, denn der hat schon in Köln und beim SV Sandhausen zuletzt in der 2. Liga mit Uwe Koschinat zusammengearbeitet, war da unter Koschinats Nachfolger nur noch Ersatz in der 2. Bundesliga. Der Vertrag ist ausgelaufen, also so ein bisschen zwangsläufig auch, dass er zum 1. FC Saarbrücken geht, obwohl auch andere Vereine hinter ihm her waren. Das ist so jemand, der könnte auch Niklas Schipnoski zumindest mal versuchen zu ersetzen. Klar ist das ein anderer Typ, ein anderer Spieler und die Erwartung darf man jetzt auch nicht an ihm festmachen. Aber es muss ja auch ein Platz auf der rechten Außenbahn vergeben werden. Da wird er sich wahrscheinlich mit Maurice Deville drum streiten. Der galt wiederum als Wunschspieler von Quasniok. Letzte Saison kam aber gar nie so wirklich zum Zuge. Also wird das auch ein spannendes Positionsduell. Und das nächste steht an auf der linken Außenbahn mit Tim Korzuschek. Ist ein Spieler für das linke Mittelfeld, der zuvor beim FC Gießen in der Regionalliga Südwest unterwegs war. Sehr torgefährlich. Zehn Tore in 39 Spielen. Das ist eine Hausmarke. Ist auch so, wie ich Spiele so ein bisschen auf YouTube geschaut habe. Jemand, der sowohl mit dem linken als auch mit dem rechten Fuß gut unterwegs ist, wird sich da sehr wahrscheinlich auch mit Minos Guras um den Platz in der Startelf streiten. Minos hat natürlich den Vorteil, dass der jetzt schon erste Erfahrungen in der dritten Liga gesammelt hat und da auch erstmal die Nase vorne hat. Und kommen wir zum Sturm. Zwei sehr unterschiedliche Spieler. Adriano Grimaldi. Das ist jemand, der hat unter Beweis gestellt. Er weiß, wo die Kiste steht. Hat aber auch viel Verletzungspech gehabt. Also man würde sagen, so ein typischer Transfer für den 1. FC Saarbrücken. Jemand, den man vor allem bekommt, weil er aufgrund seiner Verletzungshistorie auch so ein bisschen gestoppt wurde. Justin Steinkötter hingegen, jemand, der sich erst noch beweisen muss. 21, kommt aus der zweiten Mannschaft von Borussia Mönchengladbach. Hat auch in der Regionalliga West getroffen. Aber klar ist, bei ihm entscheidet sich das erst noch. Ist er gemacht für die dritte Liga? Da kann man nur die Daumen drücken. Aber ich glaube, der wird erstmal den Platz auf der Bank einnehmen müssen. Jetzt kann es natürlich sein, dass noch ein Innenverteidiger kommt. Das ist so ein bisschen abhängig davon, wie der Markt aussieht. Da ist der Name Alexander Winkler vom 1. FC Kaiserslautern in der Verlosung. Muss man abwarten. Namen aus der Zeitung waren ja in letzter Zeit oft dann doch eher nicht die Leute, die tatsächlich zum 1. FC Saarbrücken gewechselt sind. Aber worüber ich jetzt reden will, sind so die drei Herausforderungen für Uwe Koschinat in der Vorbereitung. Die erste ist ganz klar, und das wissen wir aus der letzten Saison, verletzungsfrei durch die Vorbereitung kommen. Bonnet Uaffero, den zitiere ich da immer wieder. Das ist so blöd gelaufen für den einfach. Der war in der Vorbereitung, das wird jeder Sportjournalist, der es verfolgt hat, bestätigen. Der beste Innenverteidiger des 1. FC Saarbrücken hat sich dann im Sommer verletzt und kam nie so wirklich in Tritt. Und so ein bisschen geht das auch für Basti Bösel, dass der sich irgendwann früh verletzt hat und auch nicht so zum Zuge kam. Man sieht also, Verletzungen in der Sommerpause, die hängen Spieler noch mal deutlich mehr ab als in der Saison selbst. Klar kommt es auf die Schwere der Verletzung, aber wichtig ist, auch bei einem jetzt dicker besetzten Kader durch die Vorbereitung kommen, ohne große Ausfallzeiten. Die zweite Herausforderung ist, jemanden zu finden, der die Rolle von Steven Senna einnimmt. Und das kann entweder auf dem Transfermarkt passieren oder es ist halt Manuel Zeitz, der ja auch vom Kicker direkt aufgenommen wurde in die Liste der besten Innenverteidiger, obwohl er in der Hinrunde noch vor allem auf der 6 zum Einsatz kam. Ich will mal eine steile These aufstellen. Immer wieder höre ich die Kritik zum Quasniok-System, da fehle der klassische Spielmacher. Und ich habe so das Gefühl, die Rolle wird unter Spielern aufgeteilt, die nicht auf den ersten Blick wie Spielmacher aussehen. Und eine wichtige Rolle hatte da auch Steven Zellner. Der war, wenn man so will, der erste Spielmacher im System des 1. FC Saarbrücken, weil er oft den Ball hinten rausbringen muss. Und der hat den selten einfach wild nach vorne geschlagen, sondern da waren sehr oft gezielte Pässe in die Spitze mit drin, sodass der Weg von hinten nach vorne ganz schnell gehen kann. Und das ist ein Mann, der ist nicht so leicht zu ersetzen. Klar findet man Verteidiger. In der 3. Liga ist es aber schwierig, einen guten Verteidiger zu finden, der sowohl robust und zweikampfstark ist, aber auch schon diese Qualitäten im Spielaufbau mitbringt. Und das wird wirklich die entscheidende Position, die man noch besetzen muss. Und die letzte Herausforderung hängt damit zusammen, dass eigentlich viele Positionen doppelt und vielleicht sogar dreifach besetzt sind. Das wird zu Kämpfen führen um den Startelf-Einsatz. Das kann auch zu Frustrationen bei einzelnen Spielern führen. Und da wird es der Job von Trainer, aber auch von den Spielern als Persönlichkeiten sein, da drüber hinaus zu wachsen. Sich nicht dem Wunsch, dass der eigene Erfolg wichtiger ist, als der der Mannschaft, hinzugeben, sondern als Team an einem Strang zu ziehen. Und das ist schwierig. Und ich glaube, da ist Quasinjog auch so ein bisschen gescheitert, zumindest mit seiner Trainingsgruppe 2, die ich heute für eine sehr schlechte Maßnahme halte. Da muss ich mal klipp und klar sagen, es geht darum, dem Ersatzspieler, wie zum Beispiel jetzt im letzten Jahr, hätte man auch Maurice Deville vermitteln müssen, dass sein Anteil am Erfolg der Mannschaft genauso wichtig ist, wie der von einem Niklas Schipnoski, auch wenn beide unterschiedlich viele Tore schießen. Und wenn man auf dem Punkt angelangt ist, und das ist traditionell leichter in der Hinrunde, weil die Vertragsgespräche noch so ein bisschen in weiter Ferne sind, wenn man das gemacht hat, dann hat man so einen guten Baustein für die neue Saison gelegt. Ich hoffe, dieses Video war der erste Baustein für eine neue Saison im FCS-Blog. Danke nochmal für euren Support und lasst doch eure Kommentare da, was ihr zu den Neuzugängen so denkt. Ich freue mich drauf, euch zu lesen und wir hören uns natürlich auch wieder in den kommenden Videos. Das FCS-Blog ist und bleibt unabhängig und ihr könnt das unterstützen.